Willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Ambitions. Wir sind hier endlich auf dem Stand, dass wir ordentlich Plus machen. Wie ihr seht, wir haben mittlerweile 31.000 Dollar verdient auf dem Konto und wir müssen sehen, dass wir jetzt noch weiter vorankommen. Ey, du kannst nicht einfach hier über die Straße laufen, wenn dein Auto kommt, Mann. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier? Cupcake, Donut, haben wir hier noch genügend Vorräte? So, schräg's Moin, sei gegrüßt. Willkommen, willkommen. So, haben wir hier noch. Ja, wir haben hier noch genügend. Ja, so, was wir denn haben? Bürogebäude soll ich mieten, Anwaltskanzlei gründen, Anwalt einstellen, Alter. Äh, Arbeitsplatzrechtsinwaltskanzlei eröffnen, okay, okay, okay. Puh, aber ich glaube, als allererstes werde ich mir mal meine Umsätze angucken. Okay, der Dönertladen, der macht miese, wieso macht der denn miese? Die Innenausstattung ist zum Kotzen und der Kundenservice ist, ist dementsprechend auch noch schlecht. First Donuts. Äh, First Donuts, nicht zugewiesen, Ausbildung. First Donuts, First Donuts, First Close, First Donuts, müssten doch hier sein, da. Registrierkasse, äh, 25, 32, okay. Alles klar, dann muss ich jetzt sehen, dass ich, oh, was ist denn hier mit dir los? Dann hast du doch aber Natalie Madeleine, äh, Michelle Adams, was ist denn mit dir los? Wieso geht's dir so schlecht? Michelle Adams, 31 Stunden, die will Vollzeit arbeiten. Achso. Ähm. Warte mal. Nein, nein, nein. Alter, was ist denn das hier? Donnerstag. Donnerstag. Wieso machst du das denn hier nicht? Bist du doof? Dessere Samstag. Dessere Samstag. Sonntag. Montag. Dienstag. Mittwoch. So, nächster. Gut! Besser! Verdammt! Falsch gemacht hier. Okay. First Close, Second Close. Ah, die Innenausstattung. Ich muss die Innenausstattung noch ändern hier. Ich mag... Ja! Ist unangenehm still hier. Okay. Wir müssen hier noch einen Lautsprecher reinsteigen. Aha! Wo finde ich denn jetzt einen Lautsprecher? Äh, Möbel. Lautsprecher. Verkaufbare Produkte. Ich will ja kein Produkt verkaufen. Äh, Möbel. Äh, Möbel. Äh, Möbel. Äh, Möbel. Ich will jetzt... Ich will ja... Ich will ja tatsächlich... ähm... eigentlich brauche ich noch ein Auto. Verdammte Scheiße. Taxi. Taxi. Taxi, Taxi, Taxi. Ey! So, und dann suche ich jetzt ein Auto hände. Da. City Cost. Da fahren wir hin. Los. Was haben wir da? Ein Honda. Ford. Was kostet der? 44.000. 11.000. Der ist ja günstig. Frachtkapazität 12. Der, der hat Frachtkapazität 6. Frachtkapazität 12. Ein Bissam. So, 2nd Clothes. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich hier noch keine Lieferung? Ah, Scheiße. Ähm... Warehouse. Inventar. Hier habe ich doch alle. Import, Import. Wieso? Nächste Lieferung kommt... Tag 124. Morgen erst. Verdammt. Tja. So, wir müssen... Ähm... Sooo, gucken wir mal, jupa, schon wieder vorbeigefahren hier, meine Freise. Sooo, go inside. Sooo, go inside. Ich brauche eine Box, ich brauche eine Lautsprecher. Zack, Uhr nehmen wir mit, Gemälde nehmen wir mit. Ah, wir nehmen noch eine schöne große Pflanze mit. Ich brauche eine kleine Pflanze. Schauen wir mal, was wir hier noch gebrauchen können. Ich brauche eine kleine Pflanze. Alles da reinladen. Ich brauche eine kleine Pflanze. Ich brauche eine sehr gute Pflanze. Ich brauche eine sehr gute Pflanze. Da geht es einmal lang. Ich brauche eine kleine Pflanze. Sehr gut. So, moderne teure Herdenkleidung. Moderne teure Damenkleidung. Und moderne teure Herrenkleidung. Ich brauche eine kleine Pflanze. Und moderne die Pflanze. 300 und ein paar Zer- OH, Scheiße. Zerquetschte Medi. La 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 Zack La 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 de young people Descublé La 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 Was haben wir denn hier? Klassische Teile, klassische moderne Teile, okay. Kleidersteine Förderer und Umkleidekabinen, okay. So, dann willst du den Kontakt ab, oder? Wenn du den Kontakt reinst, dann ist das Schmerz. Untertitelung im Auftrag des WDR Das war's für heute. So, was haben wir? Moderne, teure Damenbekleidung, moderne, teure Hirnbekleidung und wir haben hier noch moderne, klassische, teure Damen- und Hirnbekleidung. Das war's für heute. Platzieren. Platzieren. So Und dann geht es jetzt erstmal, was habe ich denn überhaupt noch drin, also Bilder und so weiter, jetzt geht es hier hin, so, schrägst bist du noch da? Bist du schon wieder da oder noch nicht? Bist du still? Wieso, was ist los? Das stimmt wohl, das stimmt wohl, ja? Achso, du musst dich konzentrieren, sagst. Was sagst du? Achso, du stehst nur auf dem Schlauch, wirst du damit sagen. Ist denn jetzt hier was angekommen, sag mal? Okay. Okay. So. Wann haben wir hier? Burger, wann kommt denn da die beste Bestellung? Wieso kommt die denn erst so spät? Das Problem ist schrägst, ich kann jetzt, ich kann nur mit einem Logistikfahrer und dergleichen, ein Auto kann ich nur zwei Ziele anfangen. Das ist doof. Weißt du, wie ich mein? Weißt du, wie ich mein, ne? Ähm, ich... Naja, nicht nur noch einen Logistiker, ich brauche noch einen Fahrer und so weiter. Was liegt denn hier noch, Papiertüte oder was habe ich da? Achso, ich muss erst mal hier gucken. Denny, Martin, du. Ähm, Zelle, äh, Second Close, was ist du? Vollzeit. Zack. 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 Vivalaten, Vollzeitkraft kann bis zu 50, zwischen 30 und 50, okay, Samstag, Sonntag, Joe Harrison war Teilzeit, zwischen das und 30, okay, der ist 0% zufrieden, der blöde. Gut, Kap. Besser ist er doch? Good! Gut. Die Wände und die Böden sind hier so hässlich. Na toll. Die Wände sind hier. Getränkedose. Scheiße, Loslauf. Jetzt muss ich wirklich mal gucken, habe ich hier keine Getränkedose? Doch ich habe doch da 300 Getränkedosen. Achso, aber die werden nicht ausgeliefert, ne? Nein. Ja. Ja. So. Hilft nicht, ich muss jetzt Getränke organisieren. Ich muss Getränke kaufen. Getränkedosen und Papiertüten. So. 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 Einmal ein paar Getränkedosen laden, ne? Hört man eigentlich alles im Stream, weißt du was? Hast du geguckt? Hast du mal reingehört? Naja, nichts gehört, also jetzt hört man mich aber ja, ne? Und den Dings-Sound auch, ja? Den Gameplay-Sound. No. No. Okay, wirktar. So. 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 So.